Nachdem Christine Shikorova aus Bulgarien überraschend die Entscheidung mit dem Reifen gewonnen hatte, wartete die erfolgverwöhnte Alexandra Timoschenko noch auf ihren ersten Sieg am heutigen Tag. Die 19-jährige Welt- und Europameisterin aus Kiew in der Ukraine mit ihrer Übung mit dem Ball. Nach ihrem souveränen Erfolg im Vierkampf musste sich Alexandra Timoschenko heute mit einem Sieg in diesem Finale begnügen. Die Wertung für ihre Übung mit dem Ball 9,7 Punkte. Die Wertungen insgesamt liegen niedriger als gewohnt. Die Folge des neuen Wertungsmodus mit A-Note für die Komposition und den technischen Wert und die B-Note für die Ausführung. Siegerin mit dem Ball also Alexandra Timoschenko vor Oksana Skaldina. Absolut. Let's see.